Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Das ist ja unglaublich. Er hat seinen Führerschein gewonnen. Das ist ja unglaublich. 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 Hallo. Der fährt aber schlicht. Die Fliege findest du zäust. Jennifer Depp, das fliegt. Sie eracht man mit von Putnam. Jw. den Felsen. Schmutzstattdorf- Dwiers 200m- Schmutzstätten, 1.2m- Schmutzstätten biskün. Das war's für heute. Sie fahren aber schlecht. Sie fahren... machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Ich will sofort aussteigen, das ist ja auch unmöglich, wie Sie fahren. Machen Sie die Tür auf, ich will aussteigen, das ist ja Körperverletzung. Halt es jetzt hier an, der wird kurz übel, das ist ja widerlich. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Junge Mann, 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 Mann. Hallo. Morgen. Boah, was ist denn der Scheiße? Das ist ja... Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020